hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge hier mit unserem tiano schön dass ihr wieder mit da seid eben gerade wo ich ins spiel reingegangen habe ich hier die info bekommen nachbarschaftsplage störenfriede in der nachbarschaft sind eine echte plage hinterlasse ihnen eine nachricht um sie zu guten manieren anzuhalten oder rufe den sim an dem das mit die beck gehört damit er sich um das problem kümmert wir gucken mal so nachbarschaftsflage da benutze die haushalts app auf dem telefon und wähle eigentümer sind wegen nachbarschafts things anrufen das machen wir mal haushalt haben wir schon ist bereits zu besuchen okay wo ist der eigentümer hallo eigentümer stopp stop 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 nicht gehen bleib hier bitte bleib hier was können wir machen überwind bilden abzuhängen tralala mietobjekt über mietobjekt beschweren mit bedingungen inspekt ein kompliment über mit bedingungen machen müssen wir das machen erscheint sich ein wenig besser zu finden nachdem der schuldige sim verwarnt wurde die mietbewertung ist so folglich ach so ist schon alles erledigt perfekt okay nevermind wir haben nichts gemacht easy so wir müssen ja irgendwie noch probieren ein gourmet essen zuzubereiten wir haben unseren barista job ja das letzte mal erledigt ich glaube da fühlt er sich ganz wohl und wir müssen ein gourmet menü ein sim muss kochfähigkeit level 5 besitzen um ein gourmet menü zu klicke auf einen kühlschrank wähle gourmet menü wir können es ja mal machen wenn er hier fertig geheirat hat ein gourmet menü zubereiten wir machen mal knoblauch nudeln und ja da machen wir eine einzelportion oder ab dafür noch mal machen wir ja dein gourmet menü damit wir das haben und da müssen wir noch ein gala abend essen servieren also das wird ja auch wild vielleicht sollten wir da unsere familie einladen die haben wir das letzte mal besucht vielleicht sollten wir unsere holde mit der wir schon auf dem date waren kirstie einladen alle einladen damit sie wissen was los ist und dann machen wir ein gala essen aber sowas habe ich ja tatsächlich auch noch nie gemacht ein gala essen zubereitet das wird natürlich eine herausforderung aber die werden wir uns stellen sonst hoffe ich natürlich dass es euch gut geht dass ihr eine gute zeit habt dass ihr das wetter ein bisschen genießen könnt auch wenn es wild ist also es ist ja immer ein auf und ab der gefühle hier mit dem wetter mal ist es warmer ist es kalt mal ist es warmer ist es kalt wenn es ist windig dann ist es regnerisch dann scheint die sonne also das ist alles sehr 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 wild so wir haben freitag müssen wir am wochenende arbeiten wir haben rein theoretisch feierabend easy dann können wir mal gucken ob wir uns hier düngen ein bisschen kirstie möchte vorbeikommen und abhängen natürlich rein da kommt vorbei kirstie wir freuen uns so hier können wir mal die pflanze dünnen wo ist denn kirstie kirstie wo bist du unsere kleine maid da ist ja ich glaube die hat es uns ganz schön angetan oder habt ihr auch so ein bisschen das gefühl also so ein bisschen habe ich das gefühl dass kirstie hier unsere love interest werden könnte warum machen wir denn jetzt die tür nicht auf oh no kommt sie jetzt hier nicht rein biete sonst müssen wir zu ihr runtergehen flirten kompliment über aus dem machen mach mal das ja ich mache dich mal um deine kirstie wir treffen uns unten mit ihr ich glaube das ist auch ganz nett oder wir laden sie mal in die gruppe ein gruppe aktion mehr auswahl aktion runde bilden und dann gehen wir einfach mal hier hin zusammen hier hingehen warum ist sie wütend warum bist du wütend was ist da los naja hier in diesem engen flur hallo du siehst heute wunderbar aus wunderschön siehst du aus ach so wär mehr winter stimmt aber sie ist ein bisschen wütend warum bist du wütend girl erzähl uns von deinem problem was was beschäftigt dich weiterentwickeln sehr gut so jetzt ist sie da dann können wir noch mit ihr schnacken können wir hier so ein bisschen rausfinden über lieblings schriftsteller reden dann können wir eventuell knudeln vielleicht mag sie das ja wir haben ja bald auch das neue verliebte pack vielleicht können wir das ja auch ein bisschen denn mit einfügen dann fragen wir mal wie ihr tag ist also bis jetzt scheinen sie sich sehr gut zu verstehen nach tagfragen vielleicht können wir so mit oh no sie mag das nicht kirstie warum denn nicht bist du so sauer helfen schlechte beziehungen zu kitten hier zu katharina links ja vielleicht sollten wir ihr vorschlagen neue hasen ohren hinzuzufünden wir sind immer noch mit christy mit christy am quatschen aber sie ist heute überhaupt nicht gut drauf also sie blockt auch alles ab sie sagt wie wir mussten uns schon einmal bei ihr entschuldigen also heute ist sie sie ist heute überhaupt nicht gut drauf aber sie verrät uns auch nicht was los ist also das ist das ist heute richtig schwierig mit ihr also das ist wirklich wirklich gar nicht so einfach hier rauszufinden was hier überhaupt phase ist sie vertraut uns noch nicht so ganz sie ist sie will das nicht ich glaube vielleicht wäre es auch besser wenn wir sie langsam nach hause schicken weil irgendwie ja und wer hat sie schlechte laune aber sie lässt es auch irgendwie an uns aus und es ist ja auch nicht so sind der sache oder das mögen wir nicht wir mögen das nicht wenn jemand schlechte laune an uns auslässt und ja und kirstie hat heute schlechten tag das ist auch vollkommen okay aber dann sind wir vielleicht nicht heute gerade die perfekte gesellschaft für sie und schaut mal jetzt sind unsere ganzen anderen nachbar hier angel ist hier zuspruch geben und unser komischer also nicht komischer sondern lustiger anderer nachbar corbin werner er ist wiener gelesen aber er heißt werner ist auch da und kirstie wollte eigentlich gehen aber sie dachte sich jetzt auch so wir bleiben noch einen moment hier ist ja ganz lustig dass alle da oh guck mal die streiten sich ja auch schon wieder was ist es hier heute für eine komische stimmung leute ihr seid ihr heute alle ein bisschen zickig was was ist denn hier phase ich glaube wir müssen da mal ein großes dinner organisieren dass ihr alle mit am schlüssel seid die anderen erfahren dass corbin als verkäufer bei johnny's fressbude arbeitet okay let's go warum auch nicht noch johnny's fressbude so und wir wollen auf toilette und dann wollen wir auch schon heilen gehen ist ja auch schon ein bisschen spät wir sind ja auch schon früh auf von daher ist das not so so problemo wie viel geld haben eigentlich 6215 simoleons das ist okay es könnte schlechter laufen es könnte aber tatsächlich auch besser laufen so hier haben wir gedüngt oder ja hier haben wir erforscht gedüngt sehr schön pflänze ist hier angepflanzt unten macht der karten 9 also im beistelltisch baut er da den wir dann verkaufen können und ja also es läuft langsam aber sicher aber wir müssen immer noch so ein bisschen unser restaurant im auge behalten und schauen wie es zukünftig damit wird dass wir ein restaurant bekommen das wird ja auch noch mal eine herausforderung sage ich euch leute das wird auch noch mal eine herausforderung aber eventuell habe ich schon die sollte es eigentlich pinkeln gehen und nicht gleich schlafen du piechert sie gleich in die hosen verwenden aufwachen dankeschön weil sonst pushy pushy in so hosi hosi und das ist not so tolli tolli denn du ah dann beschämischämie so wisst ihr wie ich meine so ein ding ist es die nudeln können wir mal hier in den ofen wollte ich gerade schmeißen sagen in den kühlschrank reinschmeißen und dann eigentlich ist es noch voll früh um zu schlafen oder also eigentlich ist es schon ein früh wo wollen wir denn noch schönes hingehen ach kürzi ist jetzt glücklich ja okay vielleicht wollen wir sie mal um ein date bitten ich gehen wir einfach irgendwo mit ihr was essen oder um verabredung bitten hier fragen einfach mal kürze ob sie bock hat mit uns irgendwo noch hinzugehen guck mal ich würde sagen wir gehen ja einfach mal in diese lounge haben wir uns die schon mal angeguckt wir gehen einfach mal zusammen hin oder rein da schauen wir einfach mal was da alles los ist und was wir da alles machen können und vielleicht können wir ein bisschen karaoke singen oder so und vielleicht montag des kürzi auch messen auf zum ganz kleines bisschen hallo schön dass du da bist so können wir hier irgendwas zusammen machen was ist das tisch decken okay wir können zusammen in den wirkulieren oder zusammen reinsteigen wollen wir das machen sitzen und mit der verabredung sprechen mit der abverabredung flirten was soll denn dann setzen wir ein zimmer gemacht so okay wir flirten dann von mir aus in den pool ab dafür kris geht gleich hier volle bolette ran hier er geht da auch ran sehr schön rein da süß die zwei oder auch wie schön genießt es verrückten plan vorschlagen kann werden wir mal machen sehr schön aus dem whirlpool verscheuchen ich werde weg was können wir hier denn alles noch flirten wir müssen mit ihr flirten aber wir können nicht so wirklich flirten hallo was ist denn hier los können wir ein bisschen zweisamkeit haben mit unserer ja die damit hat so viel spaß ja tschüss hau mal rein ari war nett mit dir dankeschön war schön so nicht streiten hier kompliment überhaupt oh no warum macht ihr das denn immer ihr sollt euch liebhaben ihr sollt euch liebhaben warum müssen wir uns ja erstmal entschuldigen um hier können wir hier eventuell zusammen sitzen ja vielleicht lenkt euch dieser whirlpool ein bisschen zu sehr guck mal sie da hinten sie freut sich richtig die olle öms melanie richtig fesche haare hier wir lieben es die geht hier richtig ab die geht richtig steil hier und öms zwei auch guckt es euch an hier ab dafür bua bun ma gesundheit so können wir uns mit der dame hier kommt sie auch oder denkt sie sich so nö gar kein bock okay sie kommt sie ist glücklich von ideen erzählen komm her hier wir müssen uns mit ihr unterhalten feini unser erstes date läuft mit verabredung witzeln so lustig witz ein insider witz machen leute ich also warum ihr sollt euch liebhaben vielleicht sind sie auch einfach nur freunde sind sie eventuell einfach nur freunde was sagt ihr jetzt schreibt mir das mal die kommentare sind die eventuell doch freuen und ich bin zu ähm fäkalhumor schmutzigen witz erzählen das war auch ich so geschichte eine lustige geschichte erzählen sehr schön tiefgründige gespräch führen ein da freundlich tiefgründiges gespräch führen ein da aber sie fand unseren fekalhumor glaube ich ganz witzig weil sonst ähm wäre der balken dann weggegangen oder und unsere freundschaftsleiste steigt dafür ich müsste mir auch erst mal die freundschaft ziehen ein bisschen vielleicht ist er schon ein bisschen mehr verliebt in sie und sie braucht halt vielleicht noch ein bisschen zeit vielleicht ist sie aus einer schlechten beziehung vorher gekommen und ist deswegen so ein bisschen vorsichtig wisst ihr wie ich meine vielleicht denkt sie sich jetzt einfach so okay jetzt schon wieder gleichen neuen an der seite ist halt auch ein bisschen schwierig ähm nee machen wir nicht wir lassen uns erst mal so ein bisschen zeit so wisst ihr wie ich meine vielleicht ist das ja so ein ding so wir müssen noch mal ja setz dich hier einfach mit am tisch ist okay kalor ne oliver friedmann ist das oliver hauste wir sind hier beschäftigt wir führen hier ein gespräch wiedersehen nett dass du es wolltest aber danke ciao okay er zieht sich aus und geht alles klar jetzt haben die jetzt schon wieder so eine traurige rote leiste nein warum ist das alles auch ein bisschen anstrengend hier oder so tag verschönern können wir mal machen also ich weiß nicht ob das date gut läuft oder ob das date nicht so gut läuft kennenlernen aber er ist gelangweilt na super das kommt auch noch hinzu okay jetzt ist er wieder selbstsicher ich liebe alles an dieser geschichte hier heute einfach alles können wir jetzt noch mal ein tiefgründiges gespräch führen vielleicht müssen wir auch einfach nur jemand anderes kennenlernen ich weiß es auch nicht ist schon immer so anstrengend gewesen ne eigentlich nicht oder wenn die eigentlich gewibt haben dann ging es eigentlich immer relativ schnell das ist jetzt auch geil er ist in den pool gegangen hat sich einfach hingelegt zum schlafen und sie unterhält sich weiter mit ihm und er tut so mit dem rücken so naja sie sieht uns ja nicht dass wir eingeschlafen sind okay jetzt jetzt rastet sie aus oder ne sie kommt auch mit hinzu okay sie unterhält sich trotzdem mit uns weiter ne sie chillt da jetzt einfach okay gut flirten umwerben können wir oh gut jetzt hat es mal funktioniert jetzt hat es mal funktioniert sehr schön flirten wenn kokett okay jetzt müssen wir kokett werden okay so wer hat man hier kokett wir sind zusammen im pool ab dafür wer hat kokett wir haben es fast gold geschafft bei dem äh bei dem date fast haben wir es geschafft wir brauchen noch einmal ein tiefgründiges gespräch aber ich glaube die beiden sind auch einfach todes müde kann es sein ich glaube heute einfach die sind richtig müde es ist auch schon 2 Uhr nachts eigentlich wollten wir das gala essen machen nun jetzt sind wir wieder eingeschlafen sie chillt da und irgendwie ja weiß ich auch nicht so wir sind zurück von unserem date es ist 6 Uhr morgens wir sind todes müde wir haben aber die äh silber äh medaille bekommen für das date ähm ist jetzt erstmal für den Anfang glaube ich gar nicht so schlecht oder können wir hier ein Nickerchen machen können wir machen wir hier ein Nickerchen oder wir sind todmüde neuer Tag samstag ist angebrochen Kirsti und er ich weiß es nicht was dabei wird zwischen den 2 wir müssen mal gucken was hier das sagt hier nicht das Profil was äh romantisches Interesse Techtel Mechtel flirten Männer Männer Nachbarin mit mehreren Wohneinheiten als attraktiv entfunden es ist noch zu früh um was zu sagen und sie ist arbeitslos okay das ist ja nicht so schlimm ähm Nachbarschaftsrauferei können wir wegmachen wir müssen weiter unsere Kochfähigkeiten steigern dann können wir ja ein Gourmet Menü zubereiten ein neues wir machen ein Joghurt Parfait mit Früchten dafür gönn dir das mal auch wenn du müde bist aber wer die Nacht um die Auren schlägt sich ne muss auch am nächsten Tag äh durchziehen ist ja nicht so dass äh wir der Spieler sind aber das ist ja auch was anderes ne da müssen wir ja gar nicht so drauf achten und ich würde sagen ähm ich würde jetzt mal an dieser Date-Folge hier aufhören und dass unsere nächste Folge wird dann das große Gala-Essen oder was haltet ihr davon damit wir das hier mit dem Koch fertig machen ein Gala-Abendessen Silber verdienen ich glaube da sehe ich uns schreibt mir mal in die Kommentare was ihr jetzt wirklich haltet von Kirsti und von Tiano seht ihr sie zusammen soll ich dann auch weiter lang äh dranbleiben oder wollen wir uns anderweitig umschauen Raoul was möchtest du okay dankeschön für den Anruf und dann bedanke ich mich wie immer dass ihr mit dabei gewesen seid das war mir ein Fest wir sehen uns in der nächsten Folge wenn das heißt Tiano und die Liebe und das Kochen ab dafür bis zum nächsten Mal tschüss 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 Vielen Dank.